Auf der www.erfolgsonline.de zeige ich Ihnen die Eigenschaften des Niemals aufgeben. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie entspannt. Herr Rademacher, ist das wirklich eine absolute Pflichtlektüre, wenn jemand Bücher schreiben will, ohne dabei fürchterlich Schiffbruch zu erleiden? Auf diese ganzen Fallen, die beim Bücherschreiben auf einen lauern, wäre ich alleine nie und nimmer gekommen. Danke für diese Warnung. Sowas in der Art höre ich immer wieder von angehenden Autorinnen und Autoren, nachdem sie mein Ratgeber schreiblich reich gelesen haben. In der Tat machen sich die meisten gar keine Gedanken, wenn sie mit dem Bücherschreiben anfangen. Kein Wunder also, wenn sie von abgezockten Verlagen ausgenommen werden wie eine Weihnachtsgans. Das soll Ihnen nicht passieren. Dann lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber schreiblich reich. Erfahren Sie hier alles über kreative Schreibtechniken, die fiesen finden, vieler deutscher Verlage und wie einfach es ist, als selbstverlegender Autor so richtig reibach zu machen. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsonline.de Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wort kann gerade machen. Entschuldigung.